Warum bist du bei Kisinau? Ich bin bei Kisinau, weil es mir gefällt. Weil ich es toll finde und weil ich es lustig finde, wenn wir so welche Lieder singen. Ich bin bei Kisinau, weil es mir gefällt und weil wir Musicals auch machen und weil es da viele Lieder gibt. Weil meine Freunde dort sind und weil es mir gefällt. Warum ich bei Kisinau bin, weil ich diese Kisinau Kinder so sehr gerne habe. Die sind super, ich mag die. Weil ich da gemeinsam mit Freunden über Gott lernen kann, nicht so sein, dass ich will, weil er voll die coole Gemeinschaft ist. Weil mir singen und tanzen und Schaus spielen sehr Spaß macht und damit ich auch von Gott lernen kann. Weil ich es toll finde mit Kindern zusammen zu arbeiten und ihnen was beizubringen, also die Lieder und etwas ihnen von Gott zu erzählen. Warum bist du bei Kisinau? Weil es mir Spaß macht zu singen und zu tanzen. Weil ich es voll cool finde auch zu tanzen und auch viele in meinem Alter zu sehen. Weil mir das Spaß macht, weil es lustig ist. Und ich bin bei Kisinau, weil es viele tolle Kinder gibt, mit denen man was machen kann. Und ich bin gerne so, ja ich spiele gerne mit Kindern und finde es voll toll. Und ja genau, außerdem ist es voll cool, weil man dort voll viel über Jesus lernt. Weil ich es cool finde, weil ich so viel über Gott lerne, dass er mir bei so viel helfen kann und weil wir sehr viel singen. Weil es mir Spaß macht mit Kindern etwas zu machen und ein Musical zu spielen. Weil es sehr cool ist. Ich bin bei Kisinau, weil es cool ist. Ich bin bei Kisinau, weil ich liebe Musicals und singen und tanzen und etwas Neues über Gott lernen und in der Bibel lesen. los immensely von spinnen von B5 von gsmoto- in B5 in B5- fillbils. Ja du kannst. Ich bin bei Kisinau. Ich bin bei Kisinau, weil es oben zurijk $20-$80 ist, greyAFling Allenoi,